hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt was machen wir heute die neue generation an gaspedal tuning von speedmaster app gesteuert über das telefon ich fange einfach mal an mit dem einbau und während des einbaus erzähle ich euch mal ein bisschen was zu der box was die vorteile sie hat über die app steuerung was die möglichkeiten wir haben und jetzt fangen wir mal mit dem einbau an hier haben wir die box ohne verstellung drauf das heißt wir können die nur über das handy steuern haben keine möglichkeit dann manuell hier auch noch mal einzugreifen hier sind die beiden stecker die dann unten am gaspedal angeschlossen werden das wird eingeschliffen dann können wir das teil irgendwo in der verkleidung schön verstecken das fand ich bei den anderen boxen immer so ein bisschen blöd dass du so ein stecker irgendwo hier denn hinmachen muss es oder ähnliches ich finde das mit der app steuerung doch wesentlich zeitgemäßer obwohl meine jungs schon gesagt haben im büro der sascha und der sepper die sagt mensch wenn du das handy dann mal nicht dabei hast dann kannst du die box ja im endeffekt nicht steuern mal ehrlich habt ihr euer handy immer dabei liegt das zu hause eigentlich haben wir es dabei und da sollte das hier kein problem sein so jetzt haben wir an mit dem einbau da müssen wir unten für das direkt am gaspedal angeschlossen ist auch eine illustrierte einmal anleitung haben wir dabei seht ihr hier so das heißt der wird unten einfach an den gaspedal angeschlossen was zum gaspedal führt zwischengeschliffen und machen wir mal rein so als erstes müssen wir hier unten die kleine sicherung entfernen damit wir da an den stecker kommen das legen wir mal hier hin jetzt haben wir da unten torx vorbereiteten torx schlüsselt schon hier was wie ein zufall ausschrauben das pedal ziehen wir den stecker ab haben wir das auseinander so ansteckfeder können wir auch nicht machen aber ein mutter ein weiter stück im endeffekt nehmen wir das papier stück das sollte hier passen so haben wir auch drauf passt nur in die eine richtung kann man also auch nicht falsch anschließen dann schließen wir den am pedal an passt nicht andersrum passt doch jetzt haben wir in so eine schraube so dann haben wir das jetzt drinnen dann haben wir die pedal box jetzt eingebaut dann müssen wir hier nur noch mal gucken wie wir das kabel unter dem teppich schön verstecken weil wie gesagt die box brauchen wir nicht zur bedienung da stellen wir gleich mal die verbindung über bluetooth her so also müssen die zündung an machen und dann kommen wir hier mit können wir uns verifizieren verbinden geben sie das passwort ihrer speedbox ein geben wir die mal ein eins zwei drei vier fünf sechs verbinden verbinden starten sie ihr fahrzeug dann doch mal so jetzt haben wir es mal eingestellt bekommen und dann sieht das wie feucht auf dem handy aus der protect modus ist sehr interessant weil wenn wir den protect modus eingeschaltet haben dann ist unser auto praktisch nimmt es kein gas mehr an ok ich gebe mal gas hier und wir stellen fest im protect modus wie haben wir das protect modus kein gas ich kann machen was ich will so das heißt wenn man auto klauen möchte wenn man auto klauen möchte jetzt vielleicht jetzt mit protect abstellen am flughafen oder sowas und jetzt kommen die jungs an und sagen oh wir klauen mal schön m4 müssen sie mit dem hänger kommen sattelauflieger oder abschlepper um das auto absolut anders geht es nicht möglich ist es nicht möglich so was haben wir dann noch so also zur montage ja drei minuten ich würde sagen das kann eigentlich jeder der sich beim nase bohren nicht den finger bricht das einzubauen das ist also wirklich ultra einfach einfacher als ich sogar gedacht habe also drei minuten fünf minuten ist das ding drin der ende gelände fertig dann verbinden hatten wir gesehen dazu muss das auto an sein und laufen das bluetooth muss im handy an sein und die standorterkennung muss an sein so dann kommen wir in den modus dass wir praktisch hier die pedal box haben dann haben wir die einzelnen modi eco sport eco wird der bereich sein wo wir eine software gas annahme haben alles weich haben sport wird die anlage sein wo er sagt vollgas zack voraus individual das natürlich sehr interessant hochinteressant ich zeige euch das mal da können wir das einstellen so da haben wir praktisch hier 100 prozent leistung über die über die einstellung und ich kann jetzt sagen ich will das gaspedal unten rum noch ein bisschen weicher haben so noch mal ein bisschen runter dass ich dann die ps jetzt hier auch im m unten ganz weich habe und dann ab zwei drittel da wird er dann aggressiv nach oben gehen so das problem gleich mal aus wir speichern den schon mal vor den modus modus 1 das heißt ich kann mehrere modis sogar hinterlegen finde ich sehr interessant da kann man über schnellsteuerung das eventuell dann dementsprechend anpassen das heißt 1 ist jetzt für extrem schnelles fahren 2 kann ich mir ein bisschen für nasse straße abstimmen 3 für schnee valid das wird der modus sein 20 prozent genau das ist der modus werden die amerikaner jetzt sagen gehe ich abends essen oder fahren zu hotel und möchte dass der hotelangestellte mein auto parkt dann lasse ich ihn nur 20 prozent zu das heißt der kann ganz gemütlich in die garage fahren aber kann nicht auf die dummen gedanken kommen irgendwie ein burn-out zu machen oder irgendwelche wilden drifts mit meinem auto zu machen sondern kann das gerade eben mit 20 prozent der maximalen gaslinie wie wir hier aus dem vollgas mehr geht er nicht rausfahren jetzt fahren wir so mal los und check mal ob das so auch funktioniert vollgas das ist ja geil das kannst du sogar im endeffekt in der fußgängerzone nehmen mal sehen ob wir überhaupt über die 30 km h kommen mehr geht nicht ich bin begeistert jetzt drücken wir mal die 30 die 40 mal ein bisschen sprung damit wir ein bisschen spaß haben hier man merkt sofort das auto reagiert drauf mit 40 prozent und jetzt schalte ich mal runter auf 20 sofort zu merken maximale geschwindigkeit 30 km h es funktioniert tadellos und ich brauche jetzt kein gas mehr über das pedal geben ich gebe jetzt einfach hier kommt ein bisschen schneller klasse aber das finde ich wirklich klasse ok haben wir das einmal durchprobiert den protect modus ist jetzt mal die frage kommt der im wenn ich ihn jetzt aktiv schalte kommt der während der fahrt ja selbst während der fahrt kann ich das auto auf protect schalten hier folgers und wir kommen zum stillstand jetzt gucken wir mal in den kids modus wie sich der so verhält ganz normal beschleunigt aber wirklich extrem langsam wir werden das gleich mal an der ampel machen fühlt sich so an wie ein klassischer 3 16i wenn überhaupt das heißt also wenn du die frau ärgern willst oder deinen sohn fahren lassen willst oder wen du auch immer bestrafen willst kids aktiv modus und wir beschleunigen jetzt mal gucken mal wie das abgeht hier ja sehr gemütlich auto beschleunigt auch immer weiter aber von der leistung her gibt er nur 50 60 ps frei würde ich gefühlt sagen mir ist das auf keinen fall viele von euch fragen sich sowieso wahrscheinlich warum warum baut der das in m4 ein braucht das in m4 also eine schärfere gastlinie denke ich mal nicht ja aber was natürlich interessant ist dass man diesen sicherheitsmodus drin hat für leute die jetzt nicht so erfahren sind kann ich das ein bisschen runterschrauben die leistung kann mir die und was ich besonders interessant finde ist der individualen modus hier nochmal da müssen wir nochmal rein wir wollen nur zeigen was möglich ist so wirst du wahrscheinlich nie fahren weil ich bin jetzt wirklich mal gespannt das heißt wir fangen jetzt mit 76 prozent gas bei 10 prozent gaspedal wie ich an ich bin jetzt selber mal gespannt wie sich das fährt oder also keiner wird sein auto so abstimmen never ever ja aber jetzt einfach mal zum testen um mal zu sehen was für möglichkeiten wir haben ich gebe mir so zehn prozent gas gar nichts und das fährt er wirklich mit ganz wenig gas so gut wie gar nichts und im hinteren bereich so jetzt fahren wir im eco modus hier mit den ganzen händen gibt es einen coolen halter übrigens auch für hier habe ich jetzt vergessen der hier drauf geklebt wird dann kannst du den mit so einem kreuz hier zum beispiel einstecken und klebst das denn mit mit hilfe eines magnetes dann so fest und kannst das dann rein theoretisch immer bedienen nice to have ich habe es natürlich jetzt vergessen mitzunehmen deswegen muss ich das handy bei der hand halten so ja hatte ich schon gesagt eintragungsfrei die box weil wir steigern ja nicht die leistung wir verändern nur die gaspedalinie das heißt wir haben nicht ein einziges ps mehr bloß alle ps halt im sportmodus schnell versammelt oder im eco modus kommen sie alle langsam angaloppiert und tragen dich dann langsam fort garantie sagt speedbuster wird auch nicht angetastet da wir kein motor tuning machen spritverbrauch soll sich nach aussage von speedbuster auch nicht verändern das können wir jetzt in der kürze der zeit hier nicht nachprüfen also ich denke ganz egal ob du 60 ps clio fährst oder m5 mit 600 ps hier kann jeder für sein auto modes finden also bereiche finden ob es im sport eco oder im innivalbereich den ich eben noch mal vorgehoben habe kann hier also wirklich jeder was mit anfangen mit der box ist wirklich eine tolle weiterentwicklung respekt speedbuster wir haben dann hier noch oben die menübox da können wir die verbindungen trennen dann sind wir wieder im normalen bereich passwort ändern so da haben wir einen shop wichtig ist dieser kontakt button dort können wir jetzt eine e mail oder was auch immer hinschicken an speedbuster wenn wir fragen haben speedbuster hat eine eigene support hotline wo euch der hersteller bei technischen fragen sofort unterstützen kann ja also von mir aus kriegst daumen hoch top empfehlung so oben haben wir natürlich auch noch habe ich ganz vergessen zu erzählen den knopf on and off das heißt wenn wir jetzt drauf drücken zack alles im normalen bereich alles wieder original trotzdem trotz der box drin das heißt es läuft jetzt wieder den serienmäßigen kennferl dahinter dran und eins wollte ich natürlich noch sagen findet ihr natürlich die pedal box beim sydney auf der seite im performance shop kommt sie demnächst rein ich weiß nicht ob sie jetzt schon drin ist wenn das video ausgestrahlt wird kommt aber in unmittelbarer zeit also auch rein habt ihr fragen wollte sie bestellen offizieller verkaufspreis ist 229 euro wir werden ein kleines einführungsangebot machen wenn ihr uns anruft oder über facebook eine nachricht hinterlasst dass wir euch die box mit einem kleinen rabatt noch vergeben und ihr kriegt von uns die ersten 100 bestellungen den halter für die lüftungsdüsen den magnet halter gratis dazu danke fürs zuschauen bis nächste woche ciao